Mallorca, im großen Finale von First Dates Hotel ist Barbie-Fan Alicia, 26, auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Ken. Ob Roland Trettl, 52, so einen Mann parat hat? Die Kosmetikerin aus Leonberg schaut zum Schlafen Barbie-Filme und ist auch sonst ein großer Fan der Kultpuppe. Selbst ihre Unterwäsche zieren pinke Barbie-Motive. Ihren Ken hat die quirlige Blondine aber noch nicht gefunden. Bereits seit Jahren ist sie Single und auf der Suche. Vergangene Beziehungen scheiterten meist an der Untreue ihrer Partner. Da sie halb Spanierin und halb Italienerin ist, bringt Alicia eine Menge Temperament und Feuer mit. Da soll ihr Traummann auf jeden Fall mithalten können. Als die 26-Jährige dann an der Bar auf ihr Blind-Date Philipp, 28, trifft, können es die beiden nicht fassen. Sie kennen sich bereits von Instagram. Ich hab so gedacht, ich kenn die Frau irgendwoher, erklärt der 28-Jährige verblüfft, kann sich jedoch nicht mehr an Details erinnern. Auch Philips Schwester ist im First Dates Hotel Alicia frischt sein Gedächtnis dann auf. Beide haben sich bereits bei Instagram geschrieben und auch gegenseitig die Bilder und Stories gelickt. Tatsächlich sei der Kontakt jedoch irgendwann eingeschlafen. Wie das passieren konnte? Fragt dann Roland Trettl, der das Wiedersehen der beiden begeistert verfolgt. Philipp sei noch nicht bereit gewesen für ein intensives Kennenlernen, doch das habe sich jetzt einige Monate später wohl geändert. Auf den Schreck bestellen beide erstmal einen Shot. Als sie sich am Tisch niedergelassen haben, folgt gleich die nächste Überraschung. Denn auch Philips Schwester Ola, 30, hat im First Dates Hotel eingecheckt und hat zeitgleich ihr Blind-Date. Ich kenn sie von Instagram, erklärt die verblüffte Alicia lachend, die auch mit der Schwester von Philipp bereits Kontakt hatte. Hat sich so angefühlt, als wenn du das erste Mal die Familie von deinem Freund kennenlernst, erklärt die leicht überforderte Alicia, doch strahlt über die zweite Chance mit Philipp. Tatsächlich entscheiden sich Philipp und Alicia noch für ein weiteres Date, welches am nächsten Tag auf einer Minigolf-Anlage in Mallorca stattfindet. Vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank.